darf ich ihn erlösen nein dürfen sie nicht ich denke ich vielleicht vielleicht auch erzählt die ameisen weil hier laufen sie sind die ameisen straße hier 1 ja ja das hat ameis ich würde sagen wir nehmen einfach mit ist wieder da habe haben sie fertiggestellt die ameis ja ja und wie viele waren gut aber sie haben keine jetzt dabei ja weil ich will nichts das krabbeln in meiner auto